hallo meine freunde ich bin's memphis du bist auf xbox deines tde und wir setzen dort an wo wir aufgehört haben nämlich in einem playoff spiel und ihr habt es gesehen beim letzten mal ist leider die ja die aufnahme irgendwie also beziehungsweise das game hat verschissen und ist beim torjubel stehen geblieben und hoffentlich läuft es jetzt besser das vielleicht an alexander nein natürlich nicht doch ihr wisst es ich weiß es ja mr alexander ist hier der das war ein böses foul ich habe mal wieder ein schlechtes timing super dazwischen los und jetzt lauf ach scheiße da hätte man aber auch ein kraftvoller pass spielen können muss man auch mal ganz ehrlich sagen freunde ja und den freistoß können sie jetzt direkt versuchen da gibt es nachträglich noch die karte und jetzt gibt es hier noch vielleicht zurecht ich versuche das einfach kurz und dann schieße ich drauf was war das denn oh gott war das mies so ball besitzt jetzt alles hat abwehr aufgepasst mensch leute aber la galaxy beginnt kraftvoll denke ich ganz geduldig oder die abwehr ohne recht zuzugreifen sie beherrschen das kurzballspiel leute jones sind das denn für merkwürdige pässe super und komm mal schnell jetzt super hohen ball gespielt es kann sein dass ich ab und zu mehr erwähnt habe dass ich hohe bälle nicht mag dazu möchte ich sagen das stimmt auch da sollte eigentlich so ein bisschen in lauf gehen es war schon zurück so wie es passiert ist jetzt müssen sie aufpassen ach kacke das war doch kacke oder was das war doch ja und dann haben wir wieder ein schlechtes timing ok los und jetzt die chance und jetzt die chance und jetzt die chance yes und jetzt die chance und jetzt haben sie die partie 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 im griff back in the game ja das war dann nicht mehr das war dann nicht mehr die große aufgabe für ihn klar zu zitieren das war gut kick das war gut kick gut kick war das ja komm so das spiel hat den jubel überlebt wir sind also jetzt schon ein bisschen weiter als beim letzten mal das freut mich sehr super komm mal nochmal ran jawoll zarrab ui das war nicht ganz gewollt aber gut hohe bälle hohe bälle ich weiß nicht ob die jungs hier mir nicht zuhören ob die das let's play nicht gucken sie haben den ball ach Leute das war doch auch kacke war doch das das könnte der gelegenheit werden da kommt der schuss der muss nicht eingreifen der ball fliegt über das wenn der noch schießen könnte liebe grüße so so ah wird's jetzt gefährlich hallo reizt mich nicht freund ich habe grad fast zwei stunden cuphead aufgenommen ich bin richtig auf level ja du ich bin richtig auf level ja das war nix und hier wird es jetzt zwei minuten zeit geben und jetzt hat er mit dem ball ey oh Führung zur pause für die galaxy sieht gut aus für die spieler aus la aber es kann sich natürlich auch viel tun Ah, für das Spielhauserei. Jawohl. War doch gar nicht so schlecht. Blablabla. Blablabla. Gib mir den Ball. Dichtbar. Tore schließen. Jones. Indiana. Das war schlecht. Indiana Jones, wollte ich sagen. Susi. Ey, du kleine Susi, du. Ne. Nein. Bin ich nicht mit Einverstanden, um ehrlich zu sein. Allerdings ist es hier wie im echten Leben. Es interessiert keine Sau, was ich denke. Es ist immer dasselbe, Freunde. Es ist immer dasselbe. Wer bin ich schon? Auf mich hört ja keiner. Aber gut. Ach, scheiße. Halte die Position, bleibe ich halt einfach stehen. War kein Problem, du. War kein Problem, du. Was ist denn mit dieser Mannschaft heute los? Unbelievable. Okay. Erzähl dir das nächste Tor. Ich hab dir schon ein Tor erzielt. Na gut. Och, Mensch. Den Schuss verzieht er wie seinen eigenen Jungen. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Doch. Och. Leute. Ah, das nimmt hier gerade eine ganz merkwürdige Situation an. Schön, dass wir auch mal einen hohen Ball spielen. Sie bleiben weiter am Ball per Kopf abgelegt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt. Aber er fängt sich und hält die Balance. Was ist denn los heute hier? Abgefangen. Gut gemacht. Dame. Ach, die spielen auch auf. Was scheiß Pässe, du. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Flitzer. Jetzt viel Platz für den Konter. Ach, er macht es hoch. 10 ist noch nicht vorbei. Ein Töpel. Töpel. Kennt ihr das Wort Töpel? Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Du bist mir ein Töpel, du. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schuss. Junge, war das knapp. Oh, das sah nicht schlecht aus. Oh, das sah nicht schlecht aus. Weg ist der Ball. Und damit sind Sie am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, das sieht gut aus. Ach, scheiße. Das war von mir schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Oh, da muss er doch mal einen Schritt nach vorne machen. Ja, noch 10 Minuten. Wir brauchen noch ein Tor. Sehr gut aufgepasst. Ja, wir brauchen noch ein Tor. Oh, das war schlecht. Zum Glück. Dann sind wir in Amerika. Und die Soccer Guys können nix. So, kommt mal Jungs. Oh, das war knapp abseits. Hätte ich gesagt. Ah. Und ich hab's verkackt. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Komm, wir müssen noch. Ich muss noch ein Tor machen, Leute. Oh, das ist der Ballverlust. Und da. Und jetzt der Schuss. Alles wieder ausgeglichen. Der Trainer der Galaxy ist stinksauer. Genau das wollte er verhindern. Also das kann ihm nicht gefallen. Schauen wir nochmal drauf. Unglaublich, dass sie hier den Ausgleich doch noch getagt haben. Was für eine dramatische Klasse. Wie sie es immer weiter versucht haben. Jetzt Alexander. Sie versuchen es flach. Es ist nicht sein Ernst. Ich bin... Aus, das ist der Schlusswiff. Am Ende bleibt es hier bei diesem Unentschieden. Und ich freue mich jetzt schon auf ein tolles, hochspannendes Rückspiel. Sie waren optisch überlegen, aber am Ende geht es für die Maschine aus. Da bringe ich da nochmal so einen Ball rein. Ach. Ich bin hochunzufrieden vor anderem. Ich bin hochunzufrieden. Ach, nein. Ja, man sieht sich. Hey, Hunter. Been playing like a mad man, bro. Vielen Dank, man. Don't think me. You've earned it. Danke, bro. Sehr nice from you. Okay, das Rückspiel gegen Sporting. Und jetzt hoffen wir mal, dass da ein bisschen was Besseres bei rumkommt als eben. Ein 1-1 wird jetzt nicht mehr reichen. Aber wir werden jetzt klar gewinnen. Klar gewinnen. So. Knapp 27.000 Zuschauer passen hier rein. 27.000 Zuschauer. Ja, zapperlott. Du hältst es im Kopf nicht aus, da. Das sind doch komische Pässe, das sind komische Pässe. Kommen wir hier. Super abgewehrt hier. Opara. Espinosa. Espinosa. Boateng. Klasse Aktion. Ruhig, Jungs. Ruhig. Ja, war schlecht. Ja. Vom Abwehrspieler war das ein super Timing. Super. Ah. Weg ist der Ball. Das war nicht gut. Hab ich nicht gut gemacht. Nicht antizipiert, was da kommt. Und dann muss ich mir diesen Vorwurf des Wählers durchaus gefallen lassen. Ach, schöner hoher Ball. Da bin ich Freunden davon. Yes. Guter Ball. Guter Ball. Klasse. Alexander. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nein. Nein. Ach Gott, was ist denn jetzt los? Das war eine gute Möglichkeit. Aber wir holen sich den Ball doch noch. Jones. Jones. Rodgers. Jones. Jones. Dos Santos. Ja. Oh. Dafür sind die amerikanischen Torhüter natürlich bekannt. Ui. Los. Ach Mann ey. Super. 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 Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Alexander jetzt. Da kommt der Pass. Komm mal. Das war so ein schöner Pass, bin ich der Meinung. Schlechte Hereingabe. Ruhig. Yes. Aber sie können sich immer noch nicht zurücklehnen. Das ist immer noch ein seidener Faden, an dem das Ganze hängt. Der ist wirklich Mama. Der ist für dich. Jetzt sind sie durch. Aber sie müssen weiter aufpassen. Hier kann noch so viel passieren. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Alexander. Das könnte die Chance werden. Jones. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken. Das war Wembley, Freunde. Zumindest bis Alexander dazu kam. Ey. Das mag ich nochmal sehen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Ist natürlich ein bisschen hässlich, dass der auf meine Kappe geht. So what? Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Mr. Alex Hunter. Schöner Pass. Gefährlich. Uh. Dem sollte genau ich dran sein. Ja. Ah. Schön. Jetzt ist Platz für den Konter. Alex Hunter. Zwei Minuten bevor ich komm. Pfff. Nicht schlecht. Meine Freunde. Nicht schlecht. Fand ich ganz gut. Fand ich gut. Fand ich gut. Ah. Wenn ich richtig was tut. Dann komm ich immer ins Berlinern. Oh. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Komm mit mal die Pille zurück hier, Freund. Ach. Scheiße. Find ich nicht gut. Find ich nicht gut. Ballverlust. Uh. Ballverlust. Meinerseits. Mit Randa. Ah. Mit Randa. Espinosa. Geh mit Randa. Doch. Oh. Schlechte Ansage. Und mal wieder ein schlechtes Timing. Espinosa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach Mensch. Oder ist der Ball wieder weg? Los. Och Leute. Feilhaber. Feilhaber. Find ich nicht gut. Find ich... Ja. Find ich gut. Find ich nicht gut. Bin ich ganz klar dagegen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja. Ja. Hat Zeit. Sie läuft es heute. Wenn sie nichts mehr tun ist. LA Galaxy. So liebe Zuschauer. Weiter geht sie im StubHub Center. Der zweite Spielabschnitt geht los. Es muss einfach immer dramatisch klicken. LA Galaxy. Führt. Zwei. Zu null. Ach Leute. Muss Alex hier eigentlich alles selber machen? Muss ich alles selber machen? Ich denke wir sind ein Team. Es ist Team Sport. Sport. Schlechter Pass. Ja. Schwacher Pass. Ich bleib hier einfach stehen. Und feier mich. Super dazwischen gegangen. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Ja. Wirklich? Eine gute Leistung im ersten Durchgang. Er schlägt hole. Dos Santos. Zardes. Schlechter Pass. Schlechter Pass. Er überzeugt heute als Passgeber. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Immerhin eine Ecke rausgeholt. Anweisung. Ja. 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 So. Ich kann euch ja sagen, was ich in FIFA 18 immer noch nicht geschafft habe. Und zwar ein Eckballtor. Alessandrini. Ui. Das war schlecht. Uhhh. Und ich sage noch. Uhhh. Und jetzt werden sie wechseln. Uhhh. 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 Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Das können die Chance werden. Was für ein Dreckspass da. Also nee. Uhhh. 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 Daher möchte ich hier gleich zum Effenberg werden und einfach Leuten den Finger zeigen. Ach Gott. Giftgang. Dame. Ich bin eine Lady. Oh. Komm Alex. Wir arbeiten mit zurück. Im Klopschen Style. Alle nach vorne. Alle nach hinten. Je nachdem was es erfordert. und nach 20 Minuten keine Power mehr haben. Wir haben wirklich keine Power mehr. Das ist doch verhext. Als hätte ich es gesagt. Ich habe es gesagt, Leute. Da könnt ihr mir auch mal vertrauen. Ja, 2-0 ist natürlich auch noch nicht das Weltsergebnis. Aber bei uns, also bei Alex geht ausdauertechnisch auch wirklich gar nichts mehr. Das muss man auch ganz klar sagen. Viel zu überhastet. Schön. So. Tor. Nein. Ich kann die Sprint-Tatze nicht mehr nutzen. Es ist komplett Game Over mit der Ausdauer. Das kleine rote Dreieck Illuminaten. Füllt sich auch gar nicht mehr. Mhm. Das könnte die Gelegenheit geben. Da geht die Fahrt hoch. Oh, Alter. Das würde ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. weiß ich. Der kann aber auch eine Viertelstunde früher pfeifen. Da spare ich mir den Sprintlauf. Den Sprint. Da spare ich mir den Lauf. Zusehen. Ja, zwei Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Schön. Und er gewinnt den Zweikampf. Schön. Schlecht. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Freunde, das sieht gut aus. Oh, das war nicht gut. Da habe ich aus Versehen den Pass angefordert. Yes. So, der Schlusswiff. Das war es in dieser heutigen Partie. Die Galaxy haben es geschafft. Starke Leistung. Kompliment an die Mannschaft, an den Trainer. Auf den Punkt in Bestform. So kann es aus Sicht der Galaxy natürlich weitergehen. Ja. Sie haben jetzt ins Halbfinale geschafft. Jetzt nur noch ein einziger Schritt und dann stehen sie im Pokalfinale. Yes. 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 Dann kann das was werden, Freunde. Dann kann das was werden. Alexander war eindeutig Mann des Spiels. Ja, das kann man auch gar nicht kleinreden, wegreden. Ja. Da kann die New York Times schreiben, was sie will. Da sind wir einfach der König. Da sind wir einfach der König. Ähm. Auch wenn gerne was anderes behauptet wird. Neben mir steht jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, Ihre Tore waren heute entscheidend. Ja. Was ist Ihr Kommentar zu Ihrer überragenden Leistung? Es ist einfach toll, den Fans Grund zum Jubeln zu geben. Äh, nein. Ja. Es freut mich unglaublich, den Fans Grund zum Jubeln gegeben zu haben. Die mussten schon zu viel einstecken. Aber sie haben immer zu uns gehalten. Meine heutigen Tore gehören den Fans. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Den Fans, ja, die hier so zahlreich einschalten. Wie ist das? Das und jenes. Und weiter geht's. Okay. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom FIFA Let's Play. Lasst ein Like da. Ich bin Memphis. Folg mir unter at Memphis unterstrich LP folg at Xbox Dynasty. Dann weißt du immer Bescheid, was so geht rund um deine Lieblingskonsole. Und ansonsten Schönen Abend. Peace.